Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Verspreche es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Bleib hier. Mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinns-Piloten haben. Was können wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern? Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Le Francais. Wir müssen die Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt. Aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir! Und schneide ich ordentlich an! Roll die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Feind, aufsetzt nur! Schüttel ihn ab! Warte, schüttel ihn ab! Sie sehen, wie crazy, dass man sich nicht gerade wieder aufstellen kann. Unter uns gehen Flags in Stellung. Ich sehe Sie! Wir müssen sich schnell außer Gefecht setzen. Wir haben an dem Wacken doch was! Oh mein Gott, das war gar nicht gut. Hab ich? Dann hat sie nicht so angefühlt. Oh! Da war ein Baum. Das tut mir leid. Je langsam mal du bist, desto schneller wenden kannst du. Ich weiß. Ich sehe Sie! Wir müssen sich schnell außer Gefecht setzen. Flugrat, wir warten, sind immer noch da. Die Abwehrstil, damit wir uns auf die Trämmen setzen. Überkauft, Bruder. Und ich wollte mich eigentlich richtig drehen. Das ist nicht die geilste Steuerung, da bin ich ehrlich. Das hat nicht funktioniert. Geschafft! Gute Arbeit! Die Bomber sind hier! Folge der Bomberformation! Halt die Jäger von ihnen fern! Kein Problem, Wilson! Ich bin so dabei! Alter, wie langsam ist denn der? Das ist mega schwer, so langsam zu fliegen. Da oben war er! Echt? Den habe ich getroffen? Geht die Festung! Wir müssen weitermachen! Ich kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was? Die Krauts. Finde ich nice, irgendwie. Allt schon. Genauer Ziel. Ja, genauer Ziel ist er nicht. Oh, das war Mates, sorry. Nein, nein, äh! Das ist zwar mein eigenes Ding eigentlich, aber scheiß auf. Okay, und weiter geht's. Das ist aber blöd. Das Gefühl kommen unsere Bomber nicht so gut an. Macht, glaube ich, irgendwie keinen guten Job. Habt ihr das überhaupt nicht erwischt? Uh! Die Festung hat schon eine Wege eingesteckt. Viel ist nicht mehr übrig. Unter uns geht Flugabwehr in Position. Diese Wagen werden unsere Bomber vernichten. Okay, das ging voll in die Hose. Ich spiele mit Controller, wieso habe ich kein Auto? Ja, ich habe immer noch Flugabwerf, Flugabwerf, Flugabschmäher, Alter. Ich steuere jetzt gerade mal mit der Maus. Das ist vielleicht gar nicht so clever, weil ich jetzt nicht die Waffen herkomme. Ah, drehen, 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 drehen. Sind sie ja da. Ah, der ist hin. Mit der Maus ist das so ein Krampf, ne? Wir sollten sie vielleicht echt mal eskortieren. Da sind mir ein paar viele Wellen hier gerade. Das war knapp. Aua! Bruder! Okay, ich muss einfach kurz... Ich glaube, Controller ist das irgendwie angenehm, aber man hat die ganze Zeit so rudern muss. Ich bin so dabei, ne? Ah, bumm. Und... Am Schatten. Also Flugzeugfliegen in Battlefield, keine Ahnung. Mit Jet, okay. Also ein langsames Ding hier, weiß ich nicht. Das war eigentlich immer so der Heli-Typ. Meines Ernstes, was? Denkst du mir nicht? Ich meine das auch ernst. Aber meine Ways können halt auch mal was machen. Ich mache hier gefühlt alles alleine. So, ihr könnt doch jetzt Bomben werfen, oder? Aids? Da sind auch ein paar Bomben. Hallo? Ja! Ja! Ja, stopp! Ah, okay. Ich dachte, man sieht die Bomben, die die werfen, aber... Die waren nicht anscheinend. Ui. Friendly Fire, oder was?